ja moin und herzlich willkommen bei ssf barbecue das ist Sönke und ich bin Sascha und wir zeigen euch heute wie wir Burger Patties oder Burger Smoken und zwar seht ihr das hier hinten und wenn ihr da wissen wollt wie es geht bleibt da einfach dran ich würde sagen wir fangen erstmal an wir haben hier 400 g Rindfleisch gehacktes, das weich gesalzen ist und wir würzen das mit einer Fertigwürzmischung mit einer Fertigwürzmischung und ein bisschen Thymia das packen wir jetzt hier rein die Fertigwürzmischung ist von Wiberg das kann man hier noch mal sehen wir haben die zufällig gefunden bei Mios können wir auch ganz normal sagen denke ich mal die mischen wir mitunter das ist ein abgestreifter Esslöffel auf 400 g Rindfleisch und ungefähr 4,2 Getümer 4,2 Getümer genau so du weichst das jetzt durch ganz locker ist ganz wichtig dass das locker passiert dass die Patties später nicht so fest werden wir machen 200 g Patties weil wir sie smoken wollen auf eine Kerntemperatur von 60 61 Grad dass sie noch so schön rosa innen drin sind und dafür haben wir unseren Smoker schon vorbereitet der hat jetzt gerade irgendwas um die 130 Grad der soll noch ein bisschen heißer werden und dann zeigen wir euch wie wird die Bürger quasi in der Presse wir haben hier so eine coole Presse ganz einfach kommt 200 g Hackfleisch rein und dann wird das zusammengepresst da haben wir aber vorher dann abgehoben dann haben wir unsere Patties danach geht es weiter wenn die auf dem Grill sind dann nehmen wir hier unsere Zwiebeln wir haben hier ungefähr zwei Gemüse Zwiebeln geschnitten da voraus wollen wir Schmortzwiebeln machen das könnt ihr dann hier sehen auf der Feuerbox die dann direkt über dem Feuer im Smoker erhitzt wird mit der Pfanne bisschen Olivenöl paar Gewürze noch dran später für den Burger als Verfeinerung haben wir heute noch mal gefunden im Mios tatsächlich Mississippi Barbecue Soße und zwar mit Sweet Apple das können wir euch nachher noch in der Infobox verlinken damit ihr das genaue Rezept dann auch habt nach kochen könnt mit den Uhrzeiten wie lange ihr braucht müsst ihr dann sehen wir haben hier auch noch so ein Grillthermometer was es dann anzeigt dass wir einfach bei 60 Grad Kerntemperatur sind 60 65 grad 61 je nachdem manchmal hat man ja noch mal ein Gramm zu viel dann gemacht ja ich habe das Fett jetzt durchgeweigt also wir teilen das jetzt quasi ungefähr so was wir machen werden die Burgerpässe ein bisschen ein Öl mit Olivenöl genau das ist ganz wichtig dann kommt dann nicht so das Problem dass sie nachher festkleben das Bülbiss verteilen in den drin ja ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben was ihr gerne für Burger es wie ihr eure Burger macht was ihr dazu macht ob ihr mit Zwiebeln es mit Röstzwiebeln mit Senf und Ketchup und klassischen Burger macht zum Schluss als Topping haben wir noch zwei Käsesorten einmal Cheddar einmal Gouda da wollen wir uns mal ausprobieren und ja jetzt geht's los ne drücke das Fett so ein bisschen in die Form rein dass es ungefähr gleich wie sie ist und drücke dass es die Stempel oben drauf macht es nicht zu fest das geht mal ob sie auch gut rausgehen das tun sie nicht jetzt kommen sie jetzt kommen sie okay so ich würde sagen die sieht super aus perfekt wir blenden euch das auch gleich noch mal ein dann könnt ihr nämlich noch mal sehen wie sie dann fertig aussehen so dann macht ihr noch ein bisschen rund Öl reicht wahrscheinlich Öl reicht ja jetzt den zweiten machen wieder ein bisschen verteilen hier ist der Teller so und dann einmal oben ein bisschen nicht zu fest hervor warnt die sehen ja meine Güte das sieht schon richtig lecker aus wenn sie jetzt kommt hier haben wir selber Burger Buns gebacken also das ist Sönke das ist dein Ding da wenn ihr wissen wollt wie die gehen und wie die schmecken dann müsst ihr euch das nachbacken dazu machen wir dann nochmal ein Video das kommt am Ende der Woche wenn wir es schaffen so schnell wie es geht auf jeden Fall haben wir unsere Burger Buns selber gebacken genau so ich würde sagen wir packen sie jetzt auf den Grill wir packen sie jetzt auf den Grill wir brauchen jetzt noch ein bisschen Temperatur und bis dahin zeigen wir euch nochmal die Burger Patties nochmal aus der Nahaufnahme so der erste Patty ist drin wir wollen euch nochmal zeigen wie es geht wir blenden das auch gleich nochmal so ein der zweite Patty geht jetzt auf Tour geht auf Tour also wir sind jetzt bei ungefähr der Rauchhaut rein wir sind jetzt bei ungefähr 130 Grad es wird jetzt heißer wir haben nochmal nachgelegt und jetzt lassen wir sie kurz ein bisschen angrillen einfach ein bisschen Hitze kriegen und nach so zehn Minuten fangen wir an zu um das Thermometer rein zu stecken und gucken mal wo wir aktuell bei einer Kerntemperatur sind in der Zwischenzeit bereiten wir jetzt unsere Zwiebeln vor dazu müssten wir eigentlich nur die Pfanne nur die Pfanne ein bisschen Öl rein ein bisschen Öl rein das kann ich schon mal vorbereiten das Wetter spielt uns heute ein bisschen nicht in die Karten sage ich es mal so wir haben ein bisschen Regen, Gewitter also alles so die Sturm also wenn die Kamera mal umfällt dann seid uns nicht böse so hier hinten kommt auch die Feuerbox genau die Pfanne die kriegt jetzt erstmal ein bisschen Hitze und dann kommen einfach die Zwiebeln rein die haben wir ja vorgeschnitten das sind geteilte Ringe kann man sagen genau genau alles gut oh ja da hast recht ohne Bier wird auch nicht ein Grill Prost ja und wir können uns jetzt mal erzählen was euer Lieblingsrezept ist was ihr gerne grillt was ihr gerne mögt was ihr gerne smoked ob ihr vielleicht ein Smoker habt oder nur ein Gasgrill ein Holzkohlegrill das wird uns mal interessieren ihr seid auf jeden Fall die Ersten ihr seid die Ersten ihr seid ab der ersten Stunde mit dabei wenn ihr mit dabei bleiben wollt dann macht ihr einfach das abonniert den Kanal macht die Glocke an dann kriegt ihr auch mit wenn wir wieder was hochladen und als nächstes kommt dann das Rezept das hatte ich ja schon vorhin gesagt von den Burgerbands wie wir die gemacht haben weil die sind einfach mega lecker schweinelecker und viel leckerer als die die wir kaufen können und ganz einfach zu machen das ist völlig einfaches Rezept das sind 1,2,3,4,5 Zutaten die man überkriegt und sie nicht überpackt so wie ich sagen ich packe die Zügel in die Pfanne muss jetzt heiß genug sein ich packe mal rein kann gleich losgehen ihr seid auf jeden Fall mit dabei so jetzt sind wir wieder da wir mussten einen kurzen Cup machen jetzt hat mal wieder geregnet und jetzt regnet es gleich schon wieder es wird finster jetzt wird ganz finster also haben wir ja gerade gesagt die Pfanne ist schon auf dem Smoker die Brutzel schon so ein bisschen vor sich hin die Patties haben jetzt eine Kerntemperatur von 43 Grad haben wir gerade nachgeguckt blenden wir euch gleich mal ein wie die dann aussehen bei der Temperatur die Zwiebeln kommen gleich dazu wir können uns noch mal ein Schluck Bier Frau Asner, Prost Prost auf euch schönen Dank dass ihr dabei seid ah ist doch schon wieder das ist doch schon wieder super ich kippe mal Zwiebel rein ja und ich würde die ein bisschen anbraten machen wir dass ihr schön farbe nehmen auf jeden Fall in der Pfanne ist jetzt Olivenöl und tauschen wir mal die Plätze durch in der Pfanne ist jetzt ein bisschen Olivenöl Silke schwenkt die jetzt ein bisschen durch dass die Farbe kriegen die Pfanne steht auch einfach nur auf der Feuerbox von dem Stick Burner also wir feuern das ganze Gerät hier mit Buchenholz weil nehmt tut uns gefallen nehmt keine Fichte keine Tanne also nicht so ein Blödsinn weil die durch die ätherischen Öle habt ihr die das zieht ins Fleisch ein das schmeckt absolut scheiße das muss man einfach so sagen nehmt Buche nehmt Eiche nehmt eine Mischung daraus geht auch macht euch schöne kleine Stückchen heizt das Ding gut vor ich schätze mal der hat jetzt ungefähr 250 Grad ähm Kerntemperatur nicht bei 47 Grad die Zwiebeln brutzeln vor sich hin und ähm ja wenn er sehen wollt wie das dann auf dem Teller aussieht dann bleibt er einfach dran und dann probieren wir das ganze mal ja vor machen wir nochmal die Burger abschneiden äh die die Bands die Bands die Bands die Bands ja die Bands kann man anschneiden das ist dein Ding dann tauschen wir nochmal und ich wende hier nochmal die Zwiebeln ja die ganze mal gebacken hat 200 Grad im Ofen und dann schneidet es einfach mal wir haben jetzt kein normales Weibschmeer genommen sondern Dinkelmehl das sind auch die Leute die glutenunverträglich sind das auch essen und ich finde die sehen echt die riechen super die kommen jetzt einfach super aus die sind fantastisch schöne Bräune auch schon schön fluffig Wahnsinn und die riechen richtig gut die Oberseiten werden wir dann gleich nochmal in der Pfanne nachrüsten dass wenn wir Barbecue-Soße drauf machen dass das nicht gleich so ins Brötchen einzieht den Bann einzieht und das somatschig macht also das wollen wir mal ein bisschen karamellisieren hier oben und da seid ihr auf jeden Fall gleich wieder mit dabei die haben Farbe gekriegt genau die sind jetzt auch gleich fertig die können wir dann hier auf den oder in der Schüssel rein oder in der Schüssel rein das stellen wir aber auch ne doch in der Schüssel rein in der Schüssel rein in der Schüssel rein dann kann man nämlich da die Bans wollen wir das hier vorne machen ja gut so die Zwiebeln sind angeröstet richtig schön leicht angeröstete Schmorzwiebeln nur mit Olivenöl direkt auf dem Feuer gemacht und ähm ich mach mal hier das Thermometer raus bisschen abgesparen Feuer ist noch drin die Patties können jetzt ganz in Ruhe vor sich hin ähm genau guck mal wie der Käse schmilzt guck dir das an Wahnsinn 2-3 Minuten brauchen sie noch wir rösten jetzt die äh Burgerbands an das schneide ich nochmal direkt auf das hier nochmal ein bisschen Öl annehmen jetzt rösten wir die an bis die fertig sind bis der Käse durch und dann geht's los boah ich muss mal eine Zwiesel gradieren ne Moment ne ja Prost ne ja Prost ne muss ich sagen ne haha einfach nur angeröstete Zwiebeln mit Olivenöl also meine Zwiebeln wenn es so was gibt schön bisschen süßlich deck dir ein bisschen ab genau sie bleiben warm aus hier rein ich dritte noch ein Stück Bier und gleich geht's wieder weiter Prost Prost die Burger sind gleich fertig dann richten wir an mit Salat dann probieren wir das ganze da bin ich gespannt geht auch sehr gespannt die Brötchen sind jetzt fertig ganz leicht angeröstet mit Olivenöl ich mach jetzt einen ganz leichten Schuss von dieser Barbecue Soße drauf auf alle vier Hälften das hier unten oben was haben so ein bisschen im Kringel ja würde ich sagen ein bisschen Salat drauf ein bisschen Salat drauf genau zucht den auch mal so raus hier so ein bisschen genau wir haben ihn gekauft mit einem Ballen dran also nicht abgeschnitten das heißt der bleibt über den Tag noch ein bisschen länger frisch wie Salat ja gut von Salatschrumpf der Bizeps ne so ich muss sagen ja das geht los ja machst du was oder jetzt runter du holst jetzt runter ich muss doch kurz mal anschauen ja mal das ja durchgebrannt kein Problem dann seid gespannt jetzt geht's los jetzt wird's lecker und ich wette mit dir wenn wir probieren regnet's so schaffst du das hier rüber oder soll ich dir essen so wo's nochmal mit dem Deckel aufmachen mach ich den Deckel auf mach ich den Deckel auf alles klar so noch voll Wein absolut perfekt einfach runterklappen ja ja ich gucke euch die Eure unterklappen oha dann blende ich euch gleich nochmal ein guckt euch das an wie die von Nahen aussehen oh mein Gott das Fleisch ist kein bisschen geschrumpft oh nimmer Käse wie das riecht ihr könnt euch das nicht vorstellen sensationell sensationelle Burger so dann komm jetzt ganz einfach du hast ja Handschuhe an die vorgerösteten Schmorzwiebeln da drauf die sind nicht ganz dunkel und schlotzig die haben noch ein bisschen Biss und Süße und Süße ja tatsächlich so dann könnt ihr jetzt gleich dabei sein wie wir probieren ich schneide die jetzt einfach mal ganz klassisch an und dann gucken wir mal was dabei rausgekommen ist was dabei rausgekommen ist wenn wir ein bisschen festmachen ja was gefüllt jetzt tun wir es nochmal hin boah guckt euch das an wunderschön ihr glaubt es nicht absoluter Hammer schön saftig absoluter Hammer wir probieren jetzt für euch schade dass ihr das nicht schmecken könnt schade oha zieht euch das rein zieht euch das rein das ist großartig absoluter Hammer also auf euch auf euch mhm 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 boah ich hab lange nicht so einen saftigen Burger absoluter Hammer und einfach unglaublich saftig mhm 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 kein wenig Wahnsinn Absoluter Wahnsinn. Ja, das schmeckt fantastisch. Ja, wir essen jetzt ein bisschen weiter. Und wenn ihr Bock habt, weiter dabei zu sein, abonniert den Kanal. Macht mal die Glocke weg. Und ja, wir würden uns drüber freuen, wenn ihr mal dabei seid. Also haut rein. Prost. Auf euch. Wahnsinn. Oha, jetzt hat's geblitzt. Wir essen auf und sind weg. Tschüss.